Darf man als Frau alle paar Wochen zum Friedhof, um ein Grab eines nahen Verwandten zu pflegen? Ja. Aber bitte nicht regelmäßig machen. Das wird nicht, wie manche Leute sagen, ja, in jedem Monat am Donnerstag gehe ich. Aber ab und zu, dass die Frau auch zum Friedhof geht, um an Tod zu denken, um sich zu erinnern. Auch um ein Grab zu pflegen, dann kein Problem. Wallahu ta'ala, ala, wa ala.